Musik Ich, der Schwalenberger Nachtwächter, möchte Sie herzlich in Schiederschwalenberg begrüßen. Gehen Sie mit mir auf eine spannende Reise und lassen Sie sich auf Kunst, Kultur und Natur in Hülle und Fülle ein. Musik Träumen Sie bei einem Bummel mit dem Nachtwächter durch die malerischen Gassen der Altstadt Schwalenbergs von längst vergangenen Zeiten und lauschen dem altbekannten Lied Hört ihr Leute und lasst euch sagen. Musik Komm, freu mich, wir wollen weiter. Musik Erleben Sie die historische Fachwerkstatt bei einer Stadtführung in alter Schwalenberger Tracht oder bei einer aktiven Führung mit dem Segway. Musik Neben der spannenden Stadtgeschichte erfahren Sie die ein oder andere Anekdote aus dem Leben der Bürger, die in keinem Reiseführer zu finden ist. Musik Die Papiermühle Plöger in Schieder ist eines der bedeutendsten technischen Kulturdenkmäler Nordrhein-Westfalens. Die Mühle existiert seit 1703 und zeigt an 22 Stationen 300 Jahre Papierherstellung, vom Schöpfen bis zum fertigen Papier. Musik Vor 300 Jahren erbauten die lippischen Fürsten das Schloss Schieder als Sommerresidenz. Im südlichen Teil ließen sie einen Barockgarten anlegen, wobei sich im Norden ein englischer Landschaftsgarten anschließt, welcher sich bis zum Schiedersee erstreckt. Musik Bewegung an der frischen Luft macht hungrig. Freuen Sie sich auf unsere Gastronomie, die für jeden Appetit das Passende im Angebot hat. Zu jeder Jahreszeit heißen Sie unsere Gastronomen herzlich willkommen. Die erlebnis- und abwechslungsreiche Landschaft mit vielen herrlichen Fernblicken lädt zum Wandern und Entspannen ein. Musik Scheinbar bergauf fließt das Stadtwasser. Eine technische Meisterleistung zur Trinkwasserversorgung im Mittelalter. Spannende Naturerlebnisse sind im Naturschutzgebiet Schwalenberger Wald garantiert. Der Himmelsteich bietet Amphibien, besonders den bedrohten Kammmolchen, ein ideales Laichgebiet. Musik Den Kahlenberg-Turm haben 1840 die lippischen Fürsten als Aussichtsturm errichten lassen. Noch heute bietet sich eine herrliche Fernsicht. Musik In der ehemaligen Künstlerkolonie Schwalenberg haben Kunst und Tradition einen hohen Stellenwert. Musik Die Veranstaltung Schiedersee in Flammen lockt alljährlich mehrere tausend Besucher. Musik 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 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!